So Freunde, willkommen zurück zu Left 4 Dead mit dem Flerasa und der guten Sandy. Genau, hallo. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid, genauso wie wir. Und Chris, du metzelst hier ordentlich ab, also ehrlich, du hast ziemlich viele Seelen. Das bringt nur nach Abrufe meine Statistik nichts. Das stimmt, mach weiter. Okay, ich glaube wir öffnen einfach mal die Tür. Oder, oh, was war denn das? Also ich habe den größten Weg jetzt freieräumt. So, tschüss. Ja, genau. Das wäre ein bisschen fies. Ich glaube, die können die die Tür nicht öffnen, wenn sie schon mal auf war, ja. Nee, ich glaube, die können sie trotzdem nicht öffnen. Okay. Oh, da stinkt hier, ne? Irgendwie stinkt. Ja, keine Anlisation, halt. Weil, du bist so eine Machete, wer möchte. Ich glaube, ich nehme die jetzt mal. Hier liegen Waffen rum. Ich glaube, die nehmen sie jetzt mal. Alter, aber soll ich die Pistole nehmen? Ist die besser? Keine Ahnung. Kannst du auch nehmen, wenn du willst. Kommt ganz drauf an. Rechts so doch gerade aus. Äh, rechts. Ganz schnell rechts. Ganz, ganz schnell. Ich schaue mal, was rechts ist. Oh, Hunter. Auch nicht besser. Auch nicht besser. Auch nicht besser. Oh. Damn. Nein, 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 nein. Smoker auch. Smoke on the water. Puh. Wo geht's denn? Hatscha. Hatscha. Eckstein, Eckstein. Jeder muss versteckt sein. Alter, was geht hier ab? Ah, da unten ist wieder Muni. Jagdgewehr, gibt's hier? Nein, nein. Was ist denn? Ich stand in der Säure. Da unten ist ein Jagdgewehr, wer will. Ja, unten ist das. Der fährt wieder nach hoch. So. Da. Gut, ist hier noch irgendwer? Ja, da. Du. Und tschüss. Gut, das war's aber jetzt auch, glaube ich, mit den Typen. Ja. Schrotwinde. Ich glaube, ich nehme die. Die Spaß. Die nehme ich jetzt mal. Ich nehme Tabletten. Kanister, den schnapp ich mir auch mal. Und seinen Arm. Und dann können wir da jetzt mal weitergehen, wenn ihr fertig seid. Was ist denn das für einer? Äh, jo. Ich glaube, hier ist irgendeine Wunderwitsch. Wirklich? Ja, ich glaube, ich kenne das Level. Oh, okay. Ja, da oben. Okay, welche nimmst du? Munition. Sandy? Hast du deine Waffe gefunden? Ja, ich nehme eigentlich immer die gleiche. Irgendwie. Okay. Wenn du da nicht spielen kannst. Äh, jo. Oben sind nur Laservisiere. Wo ist denn die Witch? Wie? Cool. Geil. Seht mal hier. Geht das auch mit der... Ja, cool. Das Geräusch kenne ich. Ein Hunter. Ein Hunter. Oh, das wird interessant. Achtung. Einen Moment. Ha, ha, ha. Sehr schön. Brennt. Tschüss. Tschüss. Säure? Wo ist das bitte? Okay, ich sollte mich verarzten. Wird mir angezeigt. Dann mach ich das eben mal. Wir müssen die Brücke aktivieren. Die Brücke müssen wir aktivieren. Ach, wieder so ne... Wir müssen das aktivieren und dann kommt wieder diese Masse. Ah, okay. Oh nein. Hier ist noch ne AK. Wer will. Oh, die möchte ich. Bam. Ich... Ich aktiviere oder auf, ich warten. Seid ihr bereit? Seid ihr gut? Ich bin überhaupt gar nicht bereit. Aber du kannst loslegen. Hehe. Okay, mit ein bisschen Elan. Lade, lade. Okay, ich fang einfach mal an. Jetzt wird's brenzlig. Hey, hier geht's lassen, Leute. Warte zu kurz. Oh, oh. Was ist denn das für ein Geräusch? Wie blöd ist denn das? Nee, überhaupt nicht. Ich mein, es ist auch nicht so, dass da Zombies dann kommen. Wofür kommen die denn da? Ich könnte langsam mal aufhören. So, okay, jetzt schnitzel ich ein bisschen. Bam. Wie, das war's schon? Wo ist Moni? Gibt's hier Moni? Gar nicht. Ich glaube nicht, nee. Warte, es ist kurz. Ich geh nochmal kurz zurück. Kann ich nicht zurückgehen? Ach, da ist ne Leiter, okay. Warte, ich muss noch kurz zurück. Okay, okay, ich warte. Hilfe. Okay, ich komm, ich komm, ich komm. Moment. Scheiße. Ich bin mir so leid, aber ich muss zurück. Nee, nee, passt schon. Hilfe. 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 Ja, Moment. Ich stirfe, nein. Ich stirfe, nein. Ich stirfe, nein. Ich stirfe, nein. Ich verwende immer den falschen Artikel. Ähm, Z, sorry. Puh. What? Homa, Homa, Homa. Ey, Freunde, ihr kommt nicht an der Zombie-Masse, nur um euch zu warnen. Ja. Wird sehr nett nochmal. Ich seh nämlich gar nichts, weil ich Bummelkotz im Gesicht hab. Schmeckt sehr lecker. Verdammt nochmal. Weg da. Lass mich in Ruhe. Oh. Gibt es hier irgendwo Heide, beziehungsweise Muni? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Warte. Wenn wir hier runtergehen, gibt's Muni. Bist du... Oh Gott, Chris, wieso erschreckst du mich so? Wo denn? Hier unten. Okay, dann hol ich mir auch mal kurz Muni. Ich wollte mir nur dieses Laser-Ding holen. Und den kann ich nicht. Okay. Muni. Aber ich glaube, ich bleib mal bei der Shotgun. Ja. So. Hier gibt's Waffen. Boah. Das war jetzt echt nicht nett. Echt gar nicht nett. Mit den ganzen Leuten da jetzt. Mit den Toten. Ich möchte nicht so viele Tote sehen. Okay. Wir müssen da oben wieder raus, oder? Kann das sein? Ja. Die Zugbrücke da ist, äh... Ah, genau. Hat sich ausgefahren. Ich glaube, ich höre einen Charger. Kann das sein? Charger? Hier kann man irgendwie eine Tür... Ah, guck mal da. Schmerztabletten. Jupp. Und eine Magnum. Die... Gesundheit. Dankeschön. Da, Charger. Aua. Hier ist noch eine Beine. Du brauchst noch mehr Tabletten? Äh, nee, ich nicht. Aber da kommt gerade ein Incoming. Das wird echt nochmal... Sehr nett hier. Tschüss. Gut, ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Okay, es wird immer ungemüt... Ah, da hinten stehen ja noch mehr. Äh, hier sieht's nicht anders aus. Ich laufe einfach mal hier lang. Wow. Warum sind so viele in der Kanalisation? Wahrscheinlich, weil ja, als die Apokalypse aufgetaucht ist, die Leute gedacht haben, unten ist es sicher und sich gegenseitig aufgefressen haben. Könnte auch sein, aber vielleicht sind die auch lichtempfindlich. Was? Eine Witch? Eine Witch. Licht aus. Okay, dann mal Licht aus und aufgepasst. Wo die sein könnte. Da hinten liegt noch eine neue Waffe. Hier gibt's Waffen! Noch ein Scharfschützengewehr. Hier geht's hoch. Brauch ich das? Ach, ich bleib mal bei meiner. Okay. Dann geh du mal vor. Hilfe! Wow! Will, du bist echt gut. Ich seh hier überhaupt nichts. Ich glaub, ich nehm die Räuber mal. Und den Kanister nehm ich auch mal. Ich seh hier auch nichts. Kann mir mal irgendjemand helfen? Was machst du denn? Ich weiß nicht. Ich hab die Witch gefunden. Wo? Die sitzt da oben. Okay, sie steht auf. Oder? Nee. Ist es die? Nee. Ach nee, das ist doch noch nicht die Witch. Ich glaub, die ist hinter der Tür, oder? Kann das sein? Hier ist auf jeden Fall ein Charger. Ein Charger Charger. Okay. Geht's irgendwo hoch? Das kann's doch nicht sein. Wo ist denn die Witch? Ich hör so doch heuen. Ich hör auch schon die Musik. Was? Hä? Wo ist denn die? Vielleicht finden wir die draußen. Kann das sein? Hier draußen. Ja, wird immer lauter. Na, die sitzt rechts von dem... Oh! 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 Bim! Keine Chance. Boah, boah. Ich glaub... Ich glaub voll rein und hab's nicht... Ich hab die voll angeleuchtet. Die wird voll aggro. Boah. Oh nein, incoming. Moment, ich werfe... Ich werfe ne Ding ins Bombe. Ja, das war jetzt... Ja, das war jetzt... Äh... Wieder... Heu, 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 heu. Heu, heu, heu. Sehr gut. Sehr gut abgespringt. Oh, jetzt springt auch noch der Timor ab. Oh, Charger. So, sehr fies. Die da hinten bleiben einfach stehen. Auch gut. So. Also der Timor geht, aber ich glaub da ist irgendwo der Safe Room. Kann das sein? Da vorne? An dem Zug? Ja, da ist ein Safe Room. Okay, dann ab in den Safe Room. Los! Hey! Ich mach mal zu. Was war denn das gerade? Ich weiß es nicht. Sehr schön. Ah, cool. Boah. Ich glaub unseren Rekord mit 1623 kann das sein. Zombies. In dem Kapitel töten, den Rekord, den schaffen wir in dem Kapitel, glaub ich. Das sind so viele. Da waren so viele jetzt. Und der Timor, also war eigentlich recht gut geplant, ne? Also wir sind jetzt gleich in den Safe Room. Das hat gepasst jetzt alles. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ja. Der will dich doch nur massieren. Ach, der High hat mich. Ach, das ist ja nett. Okay, Freunde. Danke fürs Zusehen wieder mal. Und bis zum nächsten Mal. Schaltet ein, bleibt dabei oder sowas. Abonnion, kommention. Genau. Sowas halt. Und schaut natürlich auch mal bei Sandy vorbei. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber ich denke, dass das werden dann schon noch viele machen. Macht's. Ich zwing euch jetzt dazu. Der Link ist wie immer unter Beschreibung. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.